Hi, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe heute eine kleine Review für euch. Wir testen nämlich zusammen die neuen Fimo Farben. Anfang des Jahres ist Fimo 50 Jahre alt geworden. Wow! Herzlichen Glückwunsch Fimo zu 50 Jahren und herzlichen Glückwunsch an die Firma Stedler. Das ist wirklich viel, viel, viel. Ich kenne Fimo schon seit den Kindertagen, also jetzt sogar schon fast 30 Jahre lang. Und dann habe ich ja aktuell nächstes Jahr meinen Geburtstag mit Fimo 10 Jahre, denn ich arbeite 10 Jahre wirklich, ich sag mal, regelmäßig mit Fimo und habe in dieser Zeit auch schon eine Menge mitgekriegt. Auch Stedler hat eine Menge dazu gemacht an Produkten und alles umgestellt. Das Sortiment wurde vor einem Jahr umgestellt und ja, da kommt jetzt immer laufend mehr, was uns Bastlern natürlich sehr freut. Also mich als Fimo-Bastlerin freut das immer sehr. Und ich möchte mit euch heute die neuen Farben durchgehen. Es sind 10 Stück, die neu dabei sind. Und wir wollen sie uns angucken, wie sie ausschauen, wie sie gebacken wirken, wie sie ungebacken wirken und was man alles so Schönes daraus vielleicht machen kann. Und ich wünsche euch hier mit der Review dann viel Spaß. So, das sind jetzt die neuen Farben, die dieses Jahr auf den Markt kamen. Anfang des Jahres, wie ich erwähnt habe, zum 50. Geburtstag von Fimo. Und ja, es sind sechs Softfarben, wie ihr hier seht, und vier Effektfarben. Und wir gehen jetzt jede einzelne Farbe einmal durch, schauen sie uns an und schauen dann an, wie sie im gebackenen Zustand aussehen. Ja, ich hatte euch erklärt, dass Fimo jetzt sich etwas verändert hat über die Jahre. Das habt ihr in meinem Eingangsblabla ja mitgekriegt. Und so sieht das Ganze aus. Ich wollte euch das unbedingt nochmal zeigen. Dies hier ist eine Fimo-Verpackung aus, ich glaube, der 80er Jahre. Ja, die habe ich mal von einer Freundin bekommen, die hat sie bei sich zu Hause im Keller wiedergefunden. Und ich habe sie halt behalten, weil ich sie auch sehr interessant finde, sich zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Und wie ihr sehen könnt, hatte sie auch hier noch die alte Klapplaschenversiegelung. Und so sah das Ganze aus mit dem, ja, Beschreibung. Also es ist wirklich, mit dem Grau sah sehr, wenn man das zu heute vergleicht, es ist wirklich anders. Sie haben jetzt auch die wirklich Bezeichnungen eben mit Soft, Classic und so weiter. Das hatten sie damals nicht. Dies hier ist transparent blau noch. Und ja, was sie ja auch geändert haben, ist ja die Verpackung. Und das wollte ich euch gerne, weil ich das ganz cool finde, nochmal in diesem Video zeigen, bevor ich zu den eigentlichen Farben komme. Und zwar hat sich Fimo entwickelt von dieser Klapplaschenversiegelung zu diesen wirklich Seitenvakuumverpackten, was ich wirklich im Endeffekt sehr, sehr gut finde. Weil das Fimo ist jetzt luftdicht verschlossen und egal wie lange es lagert, man weiß nie, wenn man es irgendwo einkauft, online oder im Laden, wie lange es da eigentlich gelagert hat und wann sie es eigentlich bestellt haben selber von Städtler. Und das finde ich halt, ja, sehr interessant, weil man kann jetzt auch nicht mehr sagen, aus welchem Produktionsjahr die sie hier sind. Das würde ich natürlich sehr cool finden, dass man das mal wissen würde. Dann weiß man auch ungefähr, wie alt sein Fimo ist. Ich denke mal, man kann das über Umwege rausfinden. Aber, ja, das ist auf jeden Fall die neue Verpackung und die finde ich sehr, sehr cool. Und wie ihr seht, in den Laufe der Jahre hat sich Fimo auch im Look geändert. Es ist ziemlich gleich geblieben, auch von den Farben her, aber das Logo hat sich ein bisschen verbessert. Es ist eine andere Schriftart gewählt worden und so weiter. Und wie ihr auch sehen könnt, Fimo würde früher von Eberhard Faber halt vertrieben und inzwischen wird es von Städtler vertrieben. Ja, und dann habt ihr auch sowieso alle Informationen immer drauf gehabt und das ist eigentlich das Gleiche. Und bei den beiden seht ihr einfach, hat sich das insofern verändert, dass das ganze Bild hier etwas kleiner geworden ist. Soft und Effekt steht jetzt nicht mehr in diesem Ellipsen-Modogo drin. Und hier ist auch nochmal alles unten aufgeführt und nicht mehr hier alles oben. Ich finde das sehr übersichtlich, ja, man sieht mehr von der Farbe und das finde ich eigentlich ganz schön. Dann gibt es noch einen Hinweis, der verändert ist. Und zwar hatten sie früher schon immer diese Knickmitte, sag ich mal, dass man zwei Blöcke hatte und das gab es dann nicht mehr. Dann gab es die Variante, dass sie die, ja, Rillen reingemacht haben. Dazu komme ich gleich noch. Und jetzt die heutige Variante sind halt die Knickmitte und halt auch die Rillen. Die Rillen, wer es nicht weiß, ist eine Mischangabe, die Städtler eingeführt hat. Wer die Mischtabellen von Städtler sich mal auf der Seite, die könnt ihr euch kostenfrei runterladen. Und wer die besitzt und aufmacht, kann einfach sehen, dass diese Rillen dazu dienen, dass man ein richtiges Mischverhältnis hat. Zum Beispiel wählt ihr eine Bahn orange und zwei Bahnen weiß und dann habt ihr einen gewissen Farbton, den sie vorgeben, der dann daraus entstehen soll. Und ja, ich finde das sehr witzig, dass, wie gesagt, die Knickmitte am Anfang schon war und jetzt haben sie wirklich beides in einem eingeführt. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich das auch sehr gut zum Portionieren finde. Und das werdet ihr auch gleich nochmal sehen. Ja, also zum Mischverhältnis und wie das funktioniert. Und mit diesen ganzen Rillen kann ich nochmal ein extra Video drehen, wenn ihr darauf Lust habt. Dann, ja, sagt mir Bescheid. Es hat jetzt diese Öffnung hier, das finde ich ganz cool, in etwa wie Schokolade. Also man klappt das hier auf. Ihr habt hier das Open und Close Logo. Und dann ist es wirklich, dass es gebrochen wird, wie man auch Schokolade brechen würde. Und, ja, wie Rittersport oder so. Und dann lässt sich das ganz leicht öffnen. Jetzt habe ich es schon zerrissen. Eigentlich sollte man das ganz leicht öffnen können, sodass es nicht so zerreißt. Und, ja, dann habt ihr wirklich zwei Blöcke und könnt hier ganz in Ruhe eure Waren abschneiden oder wie viel ihr braucht sozusagen. Ja, so sieht das jetzt Ganze aus. Und jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Farben. Und ich beginne mal mit dem hellsten Ton und das ist die Farbe Blossom. Und Blossom hat die Nummer 21. Rose Tendro heißt es im Englischen. So sieht die ganze Farbe aus. Sehr, sehr helles Rosa, würde ich sagen eher so ein Schweinchenrosa. Die Hautfarbe dagegen ist sehr peachy. Ich kann euch das mal nebeneinander halten. Das ist Hautfarbe und das ist Rosé. Da seht ihr den Unterschied ganz deutlich. Also wenn man das alleine sieht, kommt einem das nicht so vor. Aber das ist Hautfarbe und das ist Blossom. Und jetzt zeige ich euch, wie sie halt aussehen. Ich habe mir da mal ein, für mich selber, kleine Tabelle angelegt. Und zwar habe ich hier meine Macaron Mold, die ich benutze. Und ich nehme immer ein Stück davon und mache mir einen Abdruck. Und dieser Abdruck, der ist dann nachher sozusagen mein Musterstück. Und ich habe mir angewöhnt, immer von jeder Farbe ein Musterstück zu machen. Also eine Macaron-Hälfte. Und die wird dann sozusagen auch geklebt, die Farbnummer daneben geschrieben. Und so wollen sie dann, wie sie wirklich im gebackenen Zustand aussehen. Das habe ich mir immer selber ausgedacht. Wenn ihr das mal sehen wollt, dann kann ich euch dazu auch mal ein extra Video abfilmen. So sieht sie aus, die Farbe Blossom. Ich finde das sehr, sehr schön. Es ist ein sehr leichtes Rosa. Und ich habe mir sehr oft, ja, wirklich Rosa, sogar den Rosaton und Weiß gemischt, um so eine ganz helle Farbe zu bekommen. Und jetzt finde ich es wirklich schön, die einfach so benutzen zu können. Ja. Die nächste Farbe ist diese hier. Und zwar ist das die 52 Grüne Limone oder Green Lime. Sehr, sehr cool. Ist eine sehr knallige Farbe. Ich finde, in der Kamera sieht sie viel grüner aus, als hier im Tageslicht. Im Tageslicht wirkt sie nämlich wirklich ein bisschen, ich würde mal sagen, gelber. Je nach Lichteinfall wirkt sie halt ganz anders. Und ich finde sie aber sehr, sehr cool. Und ich bin mal sehr gespannt, was man wirklich daraus machen kann. Ich habe noch nicht die großen Ideen dazu, diese Farbe zu verwenden. Aber ich glaube, wenn man erst mal sich so ein bisschen reinfindet, dann findet man auch dafür auf jeden Fall eine Verwendung. Und so sieht die aus. Und ja, sie ist schon recht cool. Die färbt auf jeden Fall ein ganz klein wenig ab. Und ihr müsst währenddessen immer gucken, dass ihr einmal eure Finger saubert und eure Werkzeuge und auch hin und wieder mal die Mold, weil auch die Mold kriegt immer mal was ab. Und die könnt ihr auch, wenn sie mal ganz dreckig ist, unter warmem Wasser mit Sascha und Seife natürlich reinigen. Dann habe ich die Farbe Sunny Orange. Und die ist wirklich schon eine, glaube ich, meiner Lieblingsfarben. Die wirkt auch hier in der Kamera ein bisschen knalliger, als sie im normalen Licht ist. Die wirkt ein bisschen mehr wie, ja... Ich würde mal sagen, sie ist wirklich mehr ein bisschen das Kürbisgelb. Und hier in der Kamera ist sie natürlich viel zu knalliger. Aber wenn ihr das richtige Orange dagegen seht, seht ihr den Unterschied ganz deutlich, wie heller der Farbton doch ist. Und wie gelb-orangiger, der ist ja schon sehr, sehr knallig. Ja, das ist die Farbe Nummer 41 Hell Orange oder Sunny Orange. Und ich finde sie echt ganz schön toll. Und das nicht als Orange-Fan, die zu mögen, finde ich schon echt eine Leistung. Sehr, sehr schön. Ich glaube, die wird im backten Zustand noch ein bisschen dunkler werden. Als Viertes habe ich hier die Farbe Weihnachtsrot. Und in der Kamera wirkt sie sehr, sehr knallig. Sie ist aber einen Ticken dunkler. Und das ist die Nummer Farbe 2, Weihnachtsrot, Christmas Red. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ein sehr schönes, wirklich, ja, Glutweihnachtsrot. Darunter kann man sich das echt vorstellen. Es ist wirklich eine Mischung aus Indisch und Kirschrot. Und wenn man die dagegen sieht, nochmal, das ist das Indische. Das ist ein sehr knalliges Hellrot. Und man sieht in der Kamera fast keinen Unterschied. Im Original seht ihr das, wenn ihr sie nebeneinander haltet. Das ist wirklich jetzt sehr, sehr schwierig, das zu sehen für euch. Weil die Kamera leider nie die Farbe so wiedergibt, wie man sie mit seinen Augen sieht. Und die ist wirklich ein bisschen heller und knalliger. Und vielleicht sieht man es ein ganz kleines wenig, dass die dunkler ist. Und dann habt ihr hier deswegen noch die Kirsche. Und die Kirsche dagegen wirkt sehr violettstechig. Also sehr lilastichig, blaustichig. Es ist wirklich ein blauer Rotton. Und im Gegensatz zu den anderen Tönen, ja, wirkt der nochmal ganz anders. Vielleicht sieht man das hier ganz leicht, dass der einen leichten Violettton hat. Aber es ist echt schwierig, das in der Kamera wiederzugeben. Sehr schade. Aber vielleicht seht ihr das nochmal in gebackenen Zustand besser. Und wie so oft bei Rottonen färbt auch diese Farbe sehr, sehr ab. Und, oh, die färbt sogar auf meinem Mold ab. Da muss man dann schon aufpassen, dass man sich danach die Hände wäscht, wenn man eine weitere Farbe benutzt. Und dass ihr natürlich auch eure Arbeitsutensilien und eure, ja, Arbeitsfläche und Mold da gut, 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 gut reinigt. Als nächste Farbe zeige ich euch hier das Melo. Das ist auch eine sehr, sehr schöne, dunkelrote Weinfarbe. Also ein bisschen wie das Classic Bordeaux. Ich hatte es leider nicht da. Ich hätte es euch gerne im Vergleich gezeigt. Aber es steht auf meiner Einkaufsliste, weil es gerade leer gegangen ist. Das ist die Farbe 23 Melo. Und ich finde das auch sehr, sehr cool. Man sieht hier in der Kamera, wie weinrot es ist. Auch das wirkt im Original etwas dunkler, als es hier in der Kamera aussieht. Und eine sehr, sehr schöne Farbe, mit der ich auf jeden Fall arbeiten wollen würde, weil das Classic doch sehr hart ist. Und dieses hier lässt sich sicherlich, weil es etwas weicher ist, gut mischen. Allerdings ist das auch eine Farbe, die unglaublich abfärbt. Also, Hilfe. Also das weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Aber das ist schon echt krass. Also das Classic, das färbt nicht so ab. Und ja, da seht ihr mal. Da muss man auch auf jeden Fall bei den Rottönen muss man sehr, sehr sauber arbeiten. Dann kommen wir zu Petrol. Petrol ist auch eine richtig tolle Farbe. Die wirkt in der Kamera leider viel, viel grüner. Die hat hier so ein Meeresgrün. 36 Petrol oder Teal werde. Die ist viel bläulicher. Und sie ist ein richtig, richtig schönes Petrol. Also ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, das nochmal ein bisschen heller zu mischen. Dann mit dem Mint zusammen ist das bestimmt eine richtig coole Kombination. Und wie gesagt, es wirkt bläulicher. Hier wirkt es doch sehr, sehr grün. Ja, schauen wir mal, wie das nachher im gebackenen Zustand aussieht. Und auch das färbt ganz schön. Also, ja, Blautöne färben auch immer sehr. Und oh ja, oha. Ich muss sagen, das ist mir bei anderen Fimo Farben bis jetzt noch nicht passiert. Ich kann euch sagen, das sind die ersten Fimo Farben, die mir meine Molds wirklich sehr doll einfärben. Das habe ich sonst nicht. Das bleibt sonst nicht so in der Mold hängen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an der Mold liegt, dass sie schon sehr alt ist. Und irgendwann auch, ja, irgendwann sind sie halt auch hin. Da muss man neue machen oder neue einkaufen. Ihr seht auch, die hat hier schon Riss drin und so. Ich glaube, es war aber schon vorher drin. Naja, ist eine Sache, die weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, dass sie so arg färbt. Aber die Farbe selber ist richtig, richtig schön. Nun zeige ich euch nochmal das helle Silber. Das sieht so aus. Das ist die Farbe 817 Pearl Lichtsilber. Light Silber, wie heißt es hier. Und ich finde es auch sehr, sehr schön schon. Ja, sehr hell. Und ich glaube, das mag ich ganz gerne. So helle Töne. Ich habe meine Mold jetzt so gut wie möglich sauber gemacht. Ich hoffe, sie färbt mir nicht ab. Auf jeden Fall sieht es so aus. Und das finde ich schon ganz schön. Bei den Metallic Farben passiert es immer wieder, dass man durchs Kneten so Schlieren reinbekommt. Aber das ist eigentlich sehr schön. Und das mag ich auch sehr gerne im Effekt. Dann haben wir hier das Flieder. Und zwar ist das die Farbe 607 Pearl Flieder oder Lilac. Auch sehr, sehr cool. Und wenn man die sich ganz genau anguckt, ist das irre, wie sehr die glitzert. Und sehr, sehr cool. Ich mag diese schon mal Farben. Lieber als die Glitzerfarben, weil die Glitzerfarben mit den groben Glitzer wirklich mir viel zu kitschig sind, sage ich jetzt mal. Aber mit denen hier lässt sich so tolle Sachen machen. Ja, und auch die Farbe sieht wirklich schön aus. Und ich glaube, mit dem gebackenen Zustand lackiert kommen die auch noch mehr aus sich raus. Dann habe ich hier das, worauf ich mich richtig gefreut habe, als ich gelesen habe, dass sie rauskommen. 207 Pearl Rose Gold, also Rosé, Rosé. Sehr, sehr cool. Schaut euch die an. Ist die nicht schön? Also die ist wirklich, wirklich toll. Die ist sehr, sehr, ja, schon rosastichig. Das finde ich schon. Das Kupfer dagegen wirkt viel dunkler und viel bronziger. Ja, sehr cool. Ich glaube sogar, dass sie im gebackenen Zustand nochmal nachdunkelt. Und dann sieht man auch die Effekte der Metallicfarbe wirklich nochmal deutlicher. Sehr, sehr schöne Farbe mag ich jetzt schon sehr. Als letztes habe ich hier das Effekt Schwarz, beziehungsweise 907 Pearl Schwarz Black Noir. Und die ist sehr, sehr geil, die Farbe. Ihr erinnert mich ein bisschen an das Sternenstaub, nur, dass das Sternenstaub wirklich grobe Glitzerpartikel noch enthielt. Aber es hat so ein bisschen denselben Anthrazit-Touch. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, wie sehr das glitzert. Und dieser Grünstich, den das Schwarz-Anthrazit hat, den hat er auch wirklich hier in der Kamera. Und das gibt es so wieder, wie ich es auch sehe. Es ist richtig, richtig toll. Und ich habe so ein bisschen, also wer sich mit Make-Up auskennt und Lidschatten und den ganz berühmten MAC-Lidschatten Club kennt, ähm, ich finde den sehr ähnlich von dem Farbton her. Der hat auch so einen leichten Grün-Metallik-Stich und ist eine sehr coole Farbe und damit kann ich mir sehr geile Sachen vorstellen. Und auch der färbt leider ein bisschen, aber es ist halt schwarz und schwarz färbt immer. Und ja, so sieht das aus. Und sehr, sehr cool, oder? Und das sind sie nun. So sehen sie halt ungebacken aus. Und ich bin mal gespannt, wenn wir sie jetzt gleich in den Ofen schieben, wie sie dann aussehen, wenn sie halt fest sind. Und ob sie wirklich nachgedunkelt haben und wie sie aussehen im lackierten Zustand. Und das zeige ich euch alles gleich. So sieht jetzt das Endergebnis aus. Ihr könnt sie hier nochmal sehen. Die obere Reihe ist immer die ungebackene Reihe und die unterste Reihe ist die gebackene. Und ich finde, man sieht den Unterschied schon sehr deutlich. Also ihr habt hier, ähm, ich habe immer eine Reihe lackiert, eine Hälfte lackiert und eine Hälfte habe ich matt gelassen. So kann man hier nochmal den Unterschied auch sehen, wie sie im lackierten und unlackierten Zustand aussehen. Das finde ich sehr schön, weil ich doch sehr gerne nach Lust und Laune entscheide, ob ich es lackiere oder nicht. Oder je nach Authentizität, also ob das wirklich mir lackiert gefällt. Und da lackiere ich mir immer die Hälfte vor, so dass ich sehen kann, ob ich das halt in dem Zustand mag oder nicht. Und ja, ihr könnt ganz deutlich erkennen, dass auf jeden Fall einige Farben nachgedunkelt sind. Zum Beispiel Sunny Orange ist ganz deutlich etwas dunkler geworden, etwas orangiger, ähm, Weihnachtsrot ganz minimal und, äh, Melo und auch Petrol sind ganz leicht dunkler gebacken. Und bei den Pearl Farben sieht man ganz deutlich dann die Maserung raus und man sieht auch, äh, die Farbe kommt auch etwas kräftiger raus. Wenn ihr das so jetzt sehen könnt in der Kamera, aber ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Ich zeige euch jetzt in der Farbe nochmal von Nahen. Also das ist einmal Blossom, einmal lackiert und einmal unlackiert. Das wird jetzt schon eine meiner Lieblingsfarben werden. Dann haben wir Green Lime. Mit der muss ich mich noch anfreunden. Da habe ich noch nicht so direkte, huch, Ideen, was ich damit machen soll. Wie gesagt, es wirkt in der Kamera etwas grünlicher, als zum Original ist. Dann eben Sunny Orange. Ähm, Ich als Orange-Verachterin eine meiner Lieblingstöne, denke ich, mit der ich sehr gerne arbeiten werde. Und ein wunderschönes, ähm, ja, jetzt Kürbis-Orange, würde ich sagen. Dann haben wir einmal das Weihnachtsrot. Auch das wird, glaube ich, jetzt mein Favoritenrot werden. Indisch war mir immer zu knallig. Und ich habe immer lieber das Kirschrot benutzt. Hier seht ihr das nochmal im Vergleich. Dass es etwas violettstichiger ist gegen das Weihnachtsrot. Ich hoffe, man kann das sehen. Ähm, es ist wirklich etwas schwierig. Kauft euch die Farben mal und haltet sie nebeneinander. Dann seht ihr den Unterschied. Und ich habe das immer als Erdbeerrot oder auch als Weihnachtsrot benutzt. Und ich glaube, jetzt habe ich den richtigen Rotton dafür. Dann haben wir Merlot. Und auch das finde ich sehr, sehr schön. Und ich denke, das werde ich auch öfter benutzen. Petrol ist auch eine, eine der Farben, die ich sehr vermisst habe im Sortiment. Und darüber bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Die finde ich auch sehr schön. Und bei den Pearl-Farben sieht man ganz deutlich den ganz tollen Effekt. Ähm, auch hier mit dem Kneteffekt, dass ihr da die dunkleren und helleren Stellen habt. Dann habt ihr den einmal hier im lackierten Zustand. Da wirkt er doch sehr glänzender noch als im matten Zustand. Auch solche, ich glaube, die Pearl-Farben wirken lackiert immer schöner als unlackiert. Auch hier seht ihr das einmal, die lackierte Seite unlackiert. Auch immer noch mit dem Grünstich, was ich sehr schön finde, ist, hat es nicht verloren. Dann sieht man hier bei Silber ganz deutlich die Metallic-Schlieren in der Farbe. Sehr, sehr cool. Und hier finde ich es sogar fast schwierig rauszufinden, welche Seite ich lackiert habe und welche nicht. Aber es ist diese hier. Und dann haben wir noch das Pearl-Lila. Und ich glaube, auch das wird einer meiner Favoriten-Farben werden. Ähm, auch das kann ich mir sehr gut als Edelstein-Farbe irgendwann vorstellen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass das Sunny Orange auch eine der Edelstein-Farben-Charakter bekommt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ja, diese Pearl-Farben sind super schön. Ich hoffe, davon bringen sie auf jeden Fall nochmal ein paar mehr raus. Das waren die 10 Farben. Ich bin wahnsinnig begeistert von dieser... Ja, also sie sind wunderschön. Und ich freue mich daraus, so viele Kleinigkeiten rauszumachen. Und ihr werdet bestimmt in den nächsten Craft-Updates die eine oder andere Farbe wiedererkennen. Ich möchte euch jetzt nochmal fragen, ob ihr die Farben überhaupt schon ausprobiert habt. Oder wenn nicht, welche wäre euch denn jetzt die nächste Farbe, wo ihr sagen würdet, ach, die muss ich unbedingt haben. Die muss ich ausprobieren. Ich glaube, mein Favorit ist wirklich Rose Gold und Sunny Orange. Die sind wirklich der Wahnsinn. Die finde ich sehr, sehr schön. Und ja, ich hoffe, diese Art von Review hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal euer Feedback dazu dalassen. Vielleicht gibt es etwas, was ich ganz dringend testen soll. Dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Dann würde ich das nämlich als nächstes filmen. Und ja, vielleicht habt ihr auch sonst noch so Fragen zum Thema Fimo. Ich möchte ein Craft-and-Talk-Video abdrehen. Und da wäre es vielleicht ganz schön, wenn ich in der Bezug vielleicht auch eure Fragen beantworten kann. Ja, und dann klickt hier nochmal auf das kleine I. Da habe ich euch die letzten Basics verlinkt. Und ihr könnt da auch nochmal bei der Umfrage bitte teilnehmen. Es würde mich sehr freuen, denn ich plane für meinen Kanal einen festen Upload-Tag und würde gerne mal euer Feedback dazu wissen, ob ihr wirklich einen festen Tag haben möchtet, wenn ja welchen und ob ihr vielleicht sogar eine bestimmte Zeit favorisiert. Ja, ich wünsche euch noch mit einen wunderschönen Tag. Genießt noch ein bisschen das Wetter. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Musik